Ich hab eine neue gefunden, die ist voll stark. Hatag already! Ich muss noch Dings wechseln. Spielmodus. Es gibt Brauball, es gibt voll viele, es gibt Wrestling, alles. Bro, es ist mir so egal, mach. Was willst du spielen, ist die Frage. Willst du heute spielen? Wir müssen gegen Hordes mit Teamstar, mit Welle 1 und sowas. Weißt du, wie geil das ist? Hast du alleine gespielt, oder was? Dass du's weißt. Ja, was habt ihr gleich gezockt? Wollt. Du bist auf deiner Seite, ich bin auf meiner Seite, weißt du? Ja, ok. Die dürfen das nicht kaputt machen und so. Was? Du musst die Dings kaputt machen. Sebastian. Ciao, ciao. 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 Ich schwöre, ich liebe meinen Hammer. Oh je, Gott ist jetzt so. Belecht, ey. Das tut du. Du bist wieder gefallen. Nein, nein. So schnell gib mir doch nicht auf. Also noch. Du kannst jetzt so draussen. Dann hü Bei dir sind voll viele, Alter. Sieht schön lustig aus, wie die wegfliegen, Alter. Guck mal, bei mir guckt diese Zombies. Dieser Modus, diese. Ich kämpfe gerade gegen den Boss. Ja, mach ihn kaputt. Da ist er runtergefahren. Nein, doch nicht. Boss? Hä? Nein, doch. Nein. Was ist ein Dachmann, Alter? Ich wollte einfach kämpfen, aber es sind gleiche, die sind nur schneller. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn schon. Sieht einfach so geil aus, wie die wegfliegen, Alter. Ja, schau jetzt, wie viele kommen, Alter. Ah, jetzt ist das Maul. Chopane! Oh, 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 spring doch! Guck mal, wie meinst du es jetzt? Wenn es bei dir kaputt geht, geht es bei mir auch kaputt. Ja, stopp! Ja, wir müssen aufpassen. Arschkarte, ja. Ja, deswegen muss ich dir jetzt ein bisschen helfen. Du zeigst das Spiel langweilig, Mann! Nein, was laufest du? Wir haben gleich angefangen. Ja, aber... Ey, Bro, ich kann dich jetzt machen. Boah, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Pass auf, pass auf, pass auf! Oh, ey, das ist der Dekker. Hi! Ja, da! Alter, der ist ja bei mir! Ist dir irgendwann meine Waffe geklaut, oder warum hab ich keine? Ey, ist einfach runtergesprungen. Zum zweiten Mal, Mann. Sind wir so gut. Ui, so weit war ich noch nicht mit der Mütze. Arden, was sind das für mich? Dämonen wahrscheinlich. ich trafe ja wenn da sind die so stark von ganz ein leben ich bemerke ich habe mich gerade voller wahrscheinlich hat wenn ihr gezeugt die ganze demi verloren oder wo verpässe ich meint ist tot vergiss vergiss nein ich helfe schon egal wie lange keine ahnung welle zwölf warte ich habe eine neue position ich habe level ur ab dass wir was anderes ich bin schon wieder 1200 was anderes zocken jetzt was wollen wir zocken in der andere runde oder irgendwas anderes ich habe gesagt ich habe eine runde wieso noch eine runde ich bin die ganze zeit schon machen irgendwas genau machen wir gegen online spieler würde ich sagen ich habe vorgottigen online spieler macht wie geht das ich weiß nicht was wir können gegen die sommer anbots werden ja was geht auch er warte ich bin dagegen nicht doch doch weil du bist rot ich bin blau warte 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 wie kann man das noch mal einstellen hm keine ahnung bro ich glaube du musst party verwalten drücken dann auf mein name also fiek und dann auf mein name nein doch weil bei mir ist blau und party rot was passiert komm du bei mir rein 5 2 9 6 8 3 warte mal 5 2 9 5 2 9 6 8 3 ok passt also teams ein teamschein aus ja passt so oder ja jetzt müssen zwei andere aufkommen ich kann nicht bots einstellen das war ein online spieler gell ich bin davon du hast die bots nicht eingestellt echt schon mal weil ich hab mich gerade selber gefickt glaube ich ich hab mich gerade selber gefickt äh da bin ich rot da bin ich bei mir ja dann ja dann ah bro warte kurz komm jetzt bei mir rein 246 508 warte wie 246 508 346 3 deutsch 246 508 bist du jetzt muss ich den hier machen ja ich bin tschür kurz warum nicht erlaubt jo da ist ne 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 ich bin grad gar nicht du schwörst dir ich weiß nicht du machst 1 gegen 1 du hast 1 gegen 1 gemacht ja aber wenn ich das mache ich kann nicht auswählen dann wegen andere warte niemand schau jetzt bin ich hier und ja ja what's not allowed then this mode komm da dann was los man ich hör dich nicht mehr was leicht war das grad nichts geht zu ah jetzt wähl mal aus wähl aus ja ich hab das wieso ich will aber nicht blau sein ich bin rot ich probiere ja gerade dass du rot bist oder wirst oder ich mache einfach die anderen blau äh rot und bier dinge was passiert warum ist du gegangen wie war nochmal 246 508 ok ok rot hey jetzt hast du andere Proben du hast nicht 2 gegen 2 äh du dein ich hab kein bock mehr ich hab kein bock mehr ich bekomme Krise komm doch mal 929 607 warte komm ich hab ich hab schon ich hab schon alles komm rein wie 929 607 wie 929 607 ich stelle erstmal ein richtiges Spielmodus ein bevor du irgendwas tust das ist die richtige das ist nicht richtige das ist Morp du hast nicht 2 gegen 2 gemacht ja jetzt da jetzt da es ist jetzt 2 gegen 2 mach ja mach du Ich bin gut da.